Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus dem Fotografieren für Anfängerkurs. Heute möchte ich dir mal ein bisschen was über Komposition erzählen und ich bin jetzt hier gerade dabei eine Landschaft zu fotografieren. Das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was man machen möchte. Möchte man ein Porträt fotografieren, möchte man eine Landschaft fotografieren. Wir werden das Ganze auch noch mal mit Porträts machen, aber jetzt erstmal hier in der Landschaft. Ich verfolge in der Landschaftsfotografie immer ein bestimmtes Konzept und das ist eigentlich relativ weitwinklig zu fotografieren und dabei sowohl einen guten Vordergrund zu haben als auch einen guten Hintergrund und das dann in Balance zu bringen. Wir haben ja schon gelernt, dass ein Weitwinkelobjektiv relativ viel verzerrt und die vorderen Elemente sehr groß darstellen lässt, die hinteren Elemente sehr sehr klein. Und das mache ich mir jetzt hier gerade in dem Moment auch zunutze. Wir stehen jetzt hier nämlich gerade in den Dolomiten und genauer gesagt am Würzjoch und wir haben im Hintergrund richtig tolle Berge. Und hier im Vordergrund habe ich Baumwurzeln gefunden und diese Baumwurzeln eignen sich super als Vordergrund. Und die fotografiere ich jetzt hier gerade mal. Und im Hintergrund, wie gesagt, der Berg. Und dadurch habe ich einen extrem coolen Bildaufbau, weil ich nämlich den Betrachter so ein bisschen durch das Bild lenke. Das heißt, ich habe hier einen Vordergrund, wo der Betrachter als erstes drauf guckt und dieser Vordergrund, der führt den Betrachter so ein bisschen in den Hintergrund rein auf das eigentliche Hauptmotiv, nämlich den Berg. Dieser Berg wird jetzt auch noch schön von der Abendsonne angestrahlt und dementsprechend haben wir hier insgesamt ein richtig tolles Ergebnis am Ende. Bevor ich anfange zu fotografieren, ist für mich immer die erste Frage, die ich mir stelle. Mache ich ein Querformat oder ein Hochformatbild? Es gibt Szenerien, wie zum Beispiel hier, da eignet sich beides. Wobei ich persönlich sagen muss, ich habe jetzt beides ausprobiert, dass mir das Hochformat besser gefällt. Aus dem folgenden Grund. Ich habe hier einen sehr dominanten Vordergrund und den kann ich besser zur Geltung bringen, wenn ich das Bild hochkant mache. Dann habe ich einfach einen schöneren Bildaufbau, weil das Ganze von unten nach oben quasi den Betrachter leitet. Und da die Berge auch diese Bergspitzen nach oben haben, kommt man quasi einmal von diesen Wurzeln, die dann auf den Berg zeigen, so von unten nach oben und geht oben aus dem Bild quasi wieder heraus. Das sind so sogenannte führende Linien, die man da auch nutzen kann. Und im Zusammenhang mit einer starken Komposition, was Vordergrund und Hintergrund angeht, macht es einen sehr schönen Bildaufbau am Ende. Ich blende dir jetzt sowohl mal das Hochformat, als auch das Querformat ein und dann kannst du ja selber entscheiden, was du besser findest. Wie gesagt, ich finde, dass diese Wurzeln in einem Hochformat wesentlich besser zur Geltung kommen. Also, das ist Frage Nummer eins, die geklärt ist. Jetzt muss ich mich darum kümmern, okay, welche Brennweite nutze ich? In dem Fall, Landschaften, bin ich eigentlich immer sehr weitwinklig. Ich bin jetzt hier auch wirklich bei 14 Millimetern, das heißt wirklich das weiteste, was ich machen kann, weil dann habe ich wirklich den Effekt, dass diese Baumwurzeln im Vordergrund sehr, sehr groß wirken und der Berg im Hintergrund sehr, sehr klein. Dadurch, dass der Berg aber 500.000 Mal größer ist als diese Wurzeln hier im Vordergrund, sieht das auf dem Foto am Ende wirklich ausbalanciert aus. Das heißt, ich habe hier einen schönen Vordergrund und einen schönen Hintergrund, die von den Größenverhältnissen her eigentlich richtig cool aussehen, obwohl es in echt natürlich überhaupt nicht so ist. Aber das ist ja das Kreative an der Fotografie, dass man eben genau sowas machen kann und dass man diese Abbildungsoptionen hat, eben mit Brennweiten zu spielen und so weiter. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Kompositionsregeln. Ich sage immer so, Regeln sind dafür da, um gebrochen zu werden. Zum Beispiel gibt es diese besagte Regel, dritte Regel, goldener Schnitt. Das ist jetzt zum Beispiel das, was Uka, das mein Kameramann, auch gerade angewandt hat. Ich stehe nicht genau in der Mitte vom Bild, wenn ihr jetzt dieses Video sieht, sondern ich stehe seitlich. Ja, ich stehe also genau auf der dritten Linie, wenn man hier so zwei vertikale, ja, er schüttelt gerade so ein bisschen mit dem Kopf, naja, vielleicht nicht ganz, aber man kann das Bild, wie gesagt, vertikal und horizontal in drei Teile teilen, sodass man am Ende neun Felder hat. Und der goldene Schnitt besagt, dass man sich immer auf der dritten Linie quasi bewegt und nicht direkt in der Mitte. Und damit hat man auch immer einen etwas spannenderen Bildaufbau, weil man auf der einen Seite ein bisschen mehr Platz hat als auf der anderen. Das kann man genauso gut auch horizontal aufteilen. Und wenn du dir jetzt hier mal mein Bild anguckst, was ich gerade eben gemacht habe, dann sieht man zum Beispiel auch, dass ich auch hier die dritte Regel angewandt habe. Ich habe nämlich, wenn man das jetzt mal so misst, es ist ungefähr die dritte Regel, dass der Berg auf der zwei Drittel Linie oben anfängt. Also, wenn man von oben guckt, auf der ersten horizontalen Drittellinie, da fängt der Berg an. Wir haben also ein Drittel quasi Hintergrund und zwei Drittel Vordergrund. Ja, also da habe ich jetzt auch nicht 50-50 gemacht, sondern die Kamera eher ein bisschen nach unten geneigt, sodass wir ein bisschen mehr von dem Vordergrund drauf haben. Also auch diese Regel wurde tatsächlich jetzt hier angewandt. Dann gibt es noch andere Regeln. Man kann zum Beispiel auch mit Spiegelungen arbeiten. Ich blende hier mal eine Spiegelung ein. Und gerade bei solchen Spiegelungen zum Beispiel ist die Regel wieder genau andersrum. Da möchte man Symmetrie haben. Das heißt, da teilt man das Bild wirklich genau in der Mitte auf. Aber wie gesagt, da gibt es hunderte Regeln. Und das Wichtigste ist halt immer, dass man nicht immer auf alle Regeln achtet, sondern dass man auch mal eine Regel bricht. Dann kann auch mal ein richtig tolles Foto bei herumkommen. Wie du siehst, gibt es sehr, sehr viele Regeln in Anführungsstrichen oder Tipps, die man nutzen kann, um ein Bild schön zu gestalten. Für mich, wie gesagt, die wichtigsten, die ich gerade aufgezählt habe. Also die bekannteste Regel ist eigentlich die Ein-Drittel-Regel. Dann gibt es die Symmetrie-Regel, dass man das Bild wirklich in der Hälfte teilt. Dann das Konzept Vordergrund und Hintergrund mit einbinden. Halte ich immer für besonders schön in der Landschaftsfotografie. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Querformat, Hochformat. Das ist eigentlich immer so die erste Entscheidung, die du treffen solltest. Also schau dir diese Regeln jetzt mal ein bisschen genauer an. Probier sie mal zu befolgen und probier sie auch mal zu brechen. Das ist ganz, ganz wichtig dabei, dass du dich da nicht darauf festzuhust, immer an bestimmte Regeln zu denken, sondern dass du da halt auch wirklich probierst, deinen eigenen Stil zu finden. Diese Regeln helfen dir gerade am Anfang natürlich sehr, um schnell einen guten Bildaufbau zu bekommen. Also wende sie ruhig am Anfang an, geh mit der Kamera raus, fotografiere Porträts, fotografiere Landschaften, fotografiere Sport und so weiter. Und am Ende wirst du merken, dass du in deinem Bildaufbau auch tatsächlich dann immer besser wirst. Ich bin zufrieden mit meinem Bild hier. Ich werde jetzt meine Sachen zusammenpacken und nach Hause fahren und das Bild bearbeiten. Und für dich heißt es jetzt wieder mit der Kamera herausgehen und an den eigenen Kompositionen arbeiten. Viel Spaß!